Dainty Dainty, der super kleine extra leichte Reisetaschenschirm. Geschlossen nur ca. 15 cm kurz, 86 cm Durchmesser des Bezugs und nur 195 g leicht. Er ist platz- und gewichtssparend in Ihrer Tasche oder immer griffbereit am Gürtel oder Rucksack. Weiterentwickeltes, hochwertiges Gestell mit Aluminiumkunststoff und Glasfaserteilen. Alle Aluminiumteile sind korrosionsfest eloxiert. Das extra leichte Polyestergewebe trägt wesentlich zur Leichtigkeit bei. Doppelnähte zwischen den Segmenten verhindern das Ausreißen des Bezuges. Der ABS-Griff ist mit einer Senussoft-Oberfläche ohne Latex versehen. Das Gewebe ist mit Teflon behandelt und garantiert somit höchsten Abperleffekt. Dieser Schirm erfüllt den hohen Anspruch, möglichst klein und leicht zu sein. Ihr ständiger Begleiter unterwegs und auf Reisen. Das ge Untertitelung des ZDF, 2020